Guten Tag, ich bin heute hier in Jakob Giesbräuch. Ich bin mit dem Beruf, wo ich erst gewesen bin. Ich wollte eine Karte zeigen, dass ich mit dem. Und ich wollte mich ansteuern. Ich war immer so gut wie ich war, dass ich mich ansteuern kann. Ich konnte nicht treiben. Ich habe mich verlangt, dass ich für ein paar Jahre so gefällt, Ich weiß nicht, wie viele Menschen mit Belegung sind, haben sie gehört. Ich habe es für viele Jahre. Ich habe es für viele Jahre gehört, dass ich es hier gehört habe. Ich habe es aufgeladen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass Jesus für mich gestorben wird. Ich habe es für mich. Ich habe es für mich, dass ich die Klima verstehen kann, weil ich die Belegung auch bin. Es gibt viele verschiedene Dinge. Ich habe es für mich, dass ich in das Jahr schon jung bin, dass ich auf den Schultern gehe, das erste Jahr. Ich habe es für mich, dass ich da sage, aber ich habe es für mich, dass es passiert. Ich bin in das Jahr schon jung, ich habe auf den Schultern gehe, in der Darbschule, in der Pfanne, habe ich eine grünliche Freude gemacht, zwei Monate in der Schulter gehe. Ich habe es für mich, dass ich ein paar Jungen einig geworden bin, die waren zu den Lehrern. Ich habe die Blühstaff aufgestanden. Wie wollen die Blühstaff? Aber ja. Und dort ging ich wieder. Ich ging zu den Lehrern, ich habe die Blühstaff aufgestanden, kam der Lehrern um mich und fragte mich, ob ich das habe. Ich sagte, nein. Und dann einmal wieder und einmal wieder, und dann sagte ich, ich wollte mich schachten. Und dann sagte ich, ich wollte nicht schachten. Und dann sagte ich, ich wollte doch, ich habe es. Dann fragte ich, wo hast du dich? Und dann sagte ich das. Weil ich gehe, ich habe dort ein Haus, ich wollte ein Haus gehen, dann wollte ich mein Vater sagen. Und dann wollte ich mit meinem Stuhl fahren, dann wollte ich meine Blühstaff aufgestanden, und dann wollte ich das in die Schule bringen. Und mein Vater sagte, wenn du das nicht hast, dann sagte der Lehrern, du hast das nicht. Dann hast du das nicht getan. Und dann sagte ich, ich habe das nicht getan. Und dannこちら steht die Lehrern. Und die erste Jahre steht, Ich habe das nicht getan. So nicht wie ich zwischen jedes. Wenn du das nicht hast, ich dachte mir, dass ich das nicht gehe. Aber nichtsruft wird. Aber ich habe da nie. Der Lehrern sieht, kommt jetzt zum Haus, die du hast. Der schon malmorgen und stört das mit. Und ich habe das nicht getan. Und dann habe ich gesagt, ich will noch einmal mit meinem Dad reden. Dort trage ich zwei Dinge. Und ich habe bloß, was ich tun habe, und ich höre auch nicht. Und dann kriege ich wirklich seinen Schach aus dem kleinen Jungen. Ich saß hier. Und dort habe ich, wenn ich 20 Jahre alt bin, habe ich dort gelebt. Ich konnte dort nicht überkriegen. Ich habe dort gelebt, und ich habe dort gelebt, und ich habe dort nicht gelebt. Weil ich dachte, wo ich die Unterstattung kriege, und dann dachte ich, wo das mit der Schule nicht passiert, und das passiert. Und dort werde ich sagen, wenn solche Dinge aus dort hörte, die Kinder sein. Wenn die Kinder haben, die Schule, die Kinder, die in den Worten, werden wir hörten. Wenn die kommen und verteilen, wenn dort ein kleiner Denker ist, über wer wir tun und nur eher hörten. Wenn so ein Säuer, Säuer schwingt, im Prostetleben, das ich gelebt habe, wenn ich dort bete, habe ich das Säuer gebetet, weil ich kann mein Säuer leben lernen, aber ich will bloß nicht leben. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Und Gott hat mich sehr dankbar, dass ich so ein Säuer schafft, mich nicht so ein Teil lohnen. Dann dachte ich, wenn ich mich befrieren würde, dann würde ich immer sein. Dann würde ich meine Frühe mitmachen können. Und ich bin tau, ich bin sehr arme, und dort kam so weit. Ich bin immer wieder und immer wieder in den Drinkerinnen. Ich bin so Säuer, Säuer verbunden dort. Ich habe auch kein Verlangen, dort zu kommen. Ich bin so düster und biester in meinem Kopf. Und für mich, ich habe es klar. Ich wollte von dieser Welt weg, ich wollte mich da, ich wollte mich da, ich wollte mich da, und ich dachte, ich wollte dort können, wenn meine Großpappen hatte, die Drogen, meine Pappen hatte, und ich wollte mich da, wo ich mich kann in Hause bringen. Und dort war ich auf einmal, und dann war ich noch eine gewisse Zeit, und ich saß in 20 Jahren wieder und war in meinem Zentrum geführt. Und ich würde auch sagen, hier in der ersten Zeit, über Luther, dann kann ich das einmal aufhören, die Botschaften, die uns zu bringen. Und ich war genau Schmerzen im Bett erwähnt. Heute kriege ich mich einen Tag, nur einen halben Monat, kriege ich mich in der Stube an, und dann will ich am Abend dort auch sein. Ich will nur den Menschen von so und so, und dann sagt er, nee, Junge, du bist nicht. Er sagt, das Bild, schlägt dich an. Ja, und dann sehen wir heute, wie nicht so. Dort sind die Böse-Findbild, wie sie uns dort an. Und heute sagt man, dort bist du kein Mal gerecht. Dort wird die Keimel gerecht worden. und dort bist du, was den Himmel nennt. Und dort habe ich mit ihm vertelt, und er hat mir vertelt, dass ich mir die Seidreise, und dort ist, was mich fehlt. Und ich bin so dankbar, den Tag, dass wir die Stärke gesagt haben, dass wir mit dem haben, die ich vertelt, aus der Bibel, in alles. Und auf einmal fragt ich, ich kriege so einen sehr großen Verlaufen, dann fragt ich, wenn ich will, dass ich Jesus annehmen, dann fragt ich, was ich meinte. Und dann kann ich mir das tatsächlich, und ich nehme mir das Stuf Jesus an, ich weiß nicht, ich kriege, wenn ich die Stufel wieder am Zentrum, das habe ich nicht für jeden, und ich sage, ich bin so sehr dankbar, für den Tag, was ich hier kann loslassen. Nun denke ich so, worum habe ich drei Jahre gestruggelt, ich habe Sölde, aber ich weiß das nicht. Ich will den bloß seiner Mutter sprechen, kommt nicht Jesus mit den Dingen. Die kann uns halten, die kann uns frei merken von dort. Und ich sage, wenn die Menschen an uns kommen, wenn die uns verteilen, dann denken, wer will Hörchen, was die verteilen hat, wer will die nicht für uns Trübel verteilen, wer will Hörchen, was die zu sein hat, wer will uns mit den März stellen, wer will nicht bloß für uns noch unseren Trübel, kreien, wenn wir haben, die weiteren Trübel gehören, das ist neu, wer will die Erntung nicht sein, wer will Erntung verteilen, wer will Hörchen. Und ich bin so dankbar für das Zentrum durch, und ich will die Mutter sprechen, wann er im Trübel ist, lasst das nicht so weit kommen, als ich das heute lassen kann, wenn du dort rauskommst, das ist sehr schwer. Und wenn ich das jetzt in der Kraft habe, ich bin mutig, ich kann die Fähre weiter kregen, und ich will bloß machen, alles was ich kann, Zentrum in den Städten, und Zentrum in der Zeit, dort fehlen mehr Menschen, und dort wird nicht so weit kommen, lasst das ich das heute lassen kann. und ich bin dankbar von dort, ich lebe das so weit, dass ich war, ich habe ein Stütz getät, und ich will mir daum schenken, für Hörchen, und ich bin alle Gottes sehen. Das ist ein Stütz getätigt,